Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Bevor wir mit dem heutigen Video durchstarten, habe ich aber noch einen Tipp für all diejenigen von euch, die True Crime auch interessiert in Form von Podcast hören. Guckt einfach in die Infobox, wenn ihr Lust habt. Dort findet ihr ganz oben einen Link zu meiner liebsten Podcast-App Podimo. Denn ich hatte euch vor ein paar Wochen schon in einem True Crime Video einen Link zur Verfügung gestellt zu Black Friday. Da hatte Podimo schon ein tolles Angebot und jetzt für Weihnachten wurde quasi aus dem Black Deal der Christmas Deal. Das heißt, wenn ihr Podimo gerne ausprobieren wollt und unbegrenzt Podcasts hören wollt, so viel ihr wollt, ob beim Kochen, beim Einkaufen, beim Sport oder einfach mal zu Hause in Ruhe auf der Couch. Bei Podimo findet ihr eine riesige Auswahl, unter anderem auch von exklusiven Podcasts, die es nur dort gibt. Und alle Themen sind vertreten, egal ob persönliche Entwicklung, Weiterbildung, Business Marketing, Geschichte, Liebe, Freundschaft, Gesundheit, aber vor allen Dingen natürlich True Crime. Und die exklusiven True Crime Podcasts auf Podimo gehören meiner Meinung nach zu den Besten, die es überhaupt gibt. Wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt und das Sortiment kennenlernen und durchtesten wollt, dann wie gesagt, schaut gerne in die Infobox. Ein ganzes Jahr lang alle Podimo Podcasts ohne Limit genießen und das für nur einmalig 29,94 Euro statt dem regulären Preis von 59,88 Euro. Das heißt, mit dem Christmas Deal spart ihr euch jetzt am Ende des Jahres jetzt fast 30 Euro und könnt das Ganze dann ein ganzes Jahr lang voll ausnutzen. Podimo kann immer und jederzeit auch wieder gekündigt werden, falls ihr also bei diesem Angebot innerhalb des Jahres kündigt, dann endet es automatisch, wenn das Jahr vorbei ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Podimo Christmas Special, wenn ihr euch dafür entscheidet. Und jetzt zurück zum heutigen Video. Für den Fall, den ich heute für euch habe, machen wir zum ersten Mal in Sachen True Crime hier auf diesem Kanal eine Reise nach Brasilien. Genauer gesagt nach Petrolina, einer Stadt im Bundesstaat Pernambuco im Nordosten des Landes, die vor allen Dingen durch ihre Landwirtschaft bekannt ist. Während der Nordosten Brasiliens den Ruf hat, nicht unbedingt der sicherste Teil des Landes zu sein, dort gibt es viel Kriminalität und Korruption, macht allerdings die 350.000 Einwohner Stadt Petrolina eine Ausnahme. Die Arbeitslosenquote ist niedrig, die Lebensqualität der Menschen im Vergleich zu anderen Regionen des Landes hoch und um die Stadt herum gibt es viel freie Fläche. Grüne Hügel, soweit das Auge reicht. Farmen, Bauernhöfe mit Ackerland und Viehzucht. Und genau auf so einer Farm außerhalb von Petrolina im Bezirk Juacerro lebt im Jahr 2015 die sieben Jahre alte Beatriz Angelica Motta mit ihrer Familie. Beatriz ist das jüngste Kind ihrer Eltern Sandro und Lucia Motta. Sie hat einen älteren Bruder und auch eine ältere Schwester, deren Namen allerdings nie in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden. Die Mottas sind eine glückliche Familie. Vater Sandro ist Lehrer an der Schule, die auch seine beiden Töchter besuchen. Mutter Lucia ist zu Hause bei den Kindern und arbeitet nebenbei in einem Büro in der Stadt. Ihr älterster Sohn, Beatriz Bruder, geht bereits aufs Gymnasium, während die beiden Mädchen, Beatriz und ihre ältere Schwester, jeden Tag von ihrer Farm in Juacerro zusammen mit ihrem Vater zu ihrer katholischen Privatschule ins Stadtzentrum von Petrolina fahren. Die sieben Jahre alte Beatriz ist das Nesthäkchen der Familie. Und ein richtiger Wirbelwind. Sie lebt unheimlich gerne auf der Farm. Dort gibt es Hühner, Pferde, Kühe. Aber nicht nur das, sondern auch jede Menge Platz zum Spielen und zum Toben. Beatriz ist gerne draußen in der Natur. Doch sie liebt es auch, sich zu verkleiden. Am liebsten als Prinzessin. Kleider, Glitzer, Krone. Sie frisiert ihren Puppen die Haare. Was Mädchen in ihrem Alter einfach manchmal gerne tun. Und Beatriz ist ein richtiger Schatz. Jeder, der sie kennt, schließt sie direkt ins Herz. Sie ist ein herzlich offenes Liebesmädchen. Sie singt gern, tanzt, bastelt, malt. Sie geht gern zur Schule. Und ja, wie man es sich eben für ein sieben Jahre altes Mädchen wünscht, sie ist voller Lebensfreude. Doch Beatriz Motta wird ihre Zukunft gestohlen werden. Sie wird noch nicht einmal mehr ihren achten Geburtstag erleben dürfen. Denn an einem Ort, der für sie und auch für den Rest ihrer Familie eigentlich zum Alltag gehört hat und an dem sie sich alle miteinander immer sicher und geborgen gefühlt haben, wird an einem Tag, der eigentlich Anlass zum Feiern und zur Freude hätte bieten sollen, ihr Leben auf unvorstellbare Art und Weise beendet werden. Es ist Donnerstag, der 10. Dezember 2015. Und während es hierzulande im Dezember ja eher winterlich kalt ist, ist es im brasilianischen Petrolina angenehm warm. Kein Wunder, befinden wir uns doch Mitte Dezember in Brasilien direkt am Anfang der Sommerzeit. Und als die Mottas an diesem Morgen aufstehen, sind alle miteinander bester Laune. Denn der kommende Abend soll etwas ganz Besonderes werden. In allererster Linie für Beatriz ältere Schwester. Denn sie feiert an diesem Abend ihre Abschlussfeier. Während Beatriz nämlich erst die zweite Klasse ihrer Schule besucht, war ihre Schwester im vergangenen Jahr bereits in ihrer Abschlussklasse. Und genau das soll heute Abend mit Mitschülern, Lehrern, allen Familien und Freunden in der großen Aula des Schulgebäudes gebührend gefeiert werden. Bevor wir jetzt zu den Ereignissen dieses Abends kommen werden, müssen wir uns erst einmal den Ort, an dem sich die gesamte Familie Motta in den kommenden Stunden aufhalten wird und gleichzeitig auch den Ort, an dem Beatriz die letzten Stunden ihres Lebens verbringen wird, genauer anschauen. Die Collegio Nosa Senora Maria Auxiliadora, die 1926 gegründet wurde, wird im Jahr 2015 von insgesamt 2300 Kindern im Vor- und Grundschulalter, aber auch von Jugendlichen in der Oberstufe besucht. Sie befindet sich mitten im Stadtzentrum von Petrolina und ist eine der renommiertesten katholischen Privatschulen im Nordwesten des Landes mit einem hervorragenden Ruf. Das Schulgebäude der Schule, in dem sich mehrere Bibliotheken, Technikräume, Küchen, Turnhallen, geräumige Klassenzimmer und eine Kapelle befinden, ist umgeben von einigen Nebengebäuden, die ebenfalls zur Schule gehören und steht auf einem weitläufigen Gelände, auf dem sich unter anderem ein kleiner Wasserpark, Sportplätze und ein Auditorium für verschiedene Veranstaltungen befinden. Sowohl am Schulgelände an sich, aber auch auf dem Gelände insgesamt sind im Prinzip so gut wie überall Kameras angebracht. Und der Eingang ist mit einem elektrischen Drehkreuz gesichert, das eigentlich immer mit Sicherheitspersonal besetzt ist. Alles in allem also ein Ort, an dem man seine Kinder eigentlich in Sicherheit wähnt. Ich hatte euch ja bereits eingangs im Video gesagt, dass Sandro Motta, Beatrice Vater, genau in dieser Schule als Lehrer angestellt ist. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass er an diesem heutigen Abend, wo seine älteste Tochter ihren Abschluss macht und feierlich ihr Zeugnis überreicht bekommen wird, er nicht nur in seiner Funktion als Lehrer an sich, sondern auch als stolzer Vater von Anfang an mit dabei sein möchte. Aber es gibt noch einiges zu organisieren. Deswegen fährt er gemeinsam mit seiner ältesten Tochter und auch mit der kleinen Beatrice schon etwas früher nach Petrolina an seinen Arbeitsplatz. Ja, die drei machen sich am frühen Nachmittag bereits auf den Weg zur Schule. Beatrice hatte gebettelt, schon mit ihrem Vater vorher mitfahren zu dürfen, um mit ihrer älteren Schwester, anstatt dann erst am frühen Abend mit ihrer Mutter nachzukommen. Ja, und genau das passiert dann auch. Beatrice, ihre Schwester und auch ihr Vater kommen an der Schule an und Beatrice hat sich wahnsinnig auf diesen Abend gefreut. Sie besucht die zweite Klasse der Schule und kennt sich dort natürlich sehr gut aus. Und als sie allesamt dort ankommen, hilft sie auch schon fleißig mit. Aber an diesem Abend werden eben nicht nur die Abschlusszeugnisse überreicht und das war's dann. Nein, es wird eine richtige Feier, eine Party stattfinden. Es wurden mehrere Bands organisiert, die diesen Abend musikalisch begleiten sollen, die immer wieder Auftritte haben. Es soll auch eine Theateraufführung geben und Lehrer werden natürlich viele Reden halten. Ja, und dann ist es auch bald soweit. Die Aula füllt sich immer mehr. Es sind hunderte Kinder, Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Angehörige gekommen, die allesamt an diesem Ereignis teilnehmen möchten. Während sich Beatrices ältere Schwester jetzt, wo die Veranstaltung langsam beginnt, mit ihren Freunden tummelt und ihr Vater Sandro in seiner Funktion als Lehrer gemeinsam mit seinen Kollegen bereits auf dem Podium ist, sitzt die sieben Jahre alte Beatrice zusammen mit ihrer Mutter Lucia im Publikum auf der Tribüne. Da es, wie auch fast überall anders in der Schule und auf dem Gelände, auch in der Aula mehrere Kameras gibt, kann man später bei der Auswertung Beatrice sogar genau dort sitzen sehen. Sie trägt, genau wie ihre Eltern, ein weißes T-Shirt mit dem Bild ihrer großen Schwester. Die Familie hatte sich die T-Shirts einige Tage zuvor drucken lassen. Ja, und Beatrice ist also zu dieser Zeit an der Seite ihrer Mutter Lucia. Doch ja, wie das dann eben nun mal so ist, das dauert nicht lange, da wird ihr auch schon langweilig. Die Auftritte und Reden der Lehrkräfte, die mit feierlich eindringlichen Worten ihre ehemaligen Schützlinge in die Zukunft entlassen, interessieren die Siebenjährige verständlicherweise so gar nicht. Sie steht immer wieder auf und läuft gemeinsam mit anderen Kindern in der Aula herum. Man sieht sie zwar einige Zeit später wieder auf der Tribüne, wo sie dann entweder wie zuvor neben ihrer Mutter, aber auch einmal dann neben ihrem Vater sitzt, allerdings nie für lange Zeit. Immer wieder steht sie auf, um mit ihren Klassenkameradinnen herumzutollen oder sich ein Stück Kuchen zu holen. Gegen 22 Uhr, die Party in der Aula, aber auch auf dem gesamten Schulgelände ist in vollem Gange, da fragt Beatrice ihre Mutter, ob sie sich aus dem Wasserbrunnen, der draußen auf dem Pausehof ist, etwas zu trinken holen darf. Lucia Motta erlaubt es ihrer Tochter, sagt ihr aber auch, dass sie gleich wieder zurückkommen soll. Beatrice geht also los und es vergehen jetzt einige Minuten und sie ist noch nicht zurück. Dieser Wasserbrunnen steht, wie gesagt, direkt am Pausehof. Dieser befindet sich unmittelbar vor der Aula. Also eigentlich dürfte es nicht lange dauern, bis Beatrice wieder zurück auf der Tribüne bei ihrer Mutter ist, doch sie kommt nicht. Lucia Motta steht dann auf und zieht sich so ein bisschen in der Aula um, um in der Hoffnung ihre Tochter irgendwo zu sehen, doch sie kann sie nirgendwo ausmachen. Sie beobachtet dann auch den Eingang, der quasi wieder in die Aula hineinführt, doch auch da sieht sie Beatrice nicht. Es sind wahnsinnig viele Menschen an diesem Abend auf dieser Veranstaltung. Es wird getanzt, getrunken, gefeiert, überall laute Musik und herumwuselnde Menschen. Doch da Beatrice Motta eben ein weißes T-Shirt getragen hat, mit dem Bild ihrer Schwester vorne drauf, hofft ihre Mutter, dass sie sie gleich doch noch irgendwo sehen kann, denn sie fiel dadurch so ein bisschen auf und stach aus der Menge heraus. Doch es ist jetzt schon kurz nach 22 Uhr und Lucia Motta kann ihre Tochter immer noch nirgends sehen. Deswegen steht sie jetzt auch auf und geht durch die Aula. Und aufgrund dessen, dass das alles Kamera überwacht ist, kann man Lucia Motta später auf den Auswertungen auch sehen, wie sie durch die Menschenmenge hindurch geht und eben überall nach Beatrice Ausschau hält. Sie geht natürlich auch hinaus auf den Pausehof zum Trinkbrunnen, um dort nach ihrer Tochter zu schauen, denn sie wusste ja, dass die Kleine genau dort hinausgehen wollte. Doch auch da ist sie nirgends. Als Lucia jetzt wieder in die Aula zurückkommt, sucht sie ihren Mann Sandro und berichtet ihm davon, dass Beatrice sich eigentlich nur ein Glas Wasser holen wollte, aber das jetzt schon zehn Minuten her ist und sie sie nirgendwo finden kann. Deswegen beginnen die beiden jetzt gemeinsam nach ihrer Tochter zu suchen. Um 22 Uhr 25. Beatrice ist jetzt fast eine halbe Stunde verschwunden. Da betritt ihr Vater Sandro das Podium, wo gerade eine Band angefangen hat zu spielen. Er schnappt sich das Mikrofon und spricht jetzt zu allen Anwesenden in dieser Aula, was zu diesem Zeitpunkt mehrere hundert Menschen gewesen sind. Er sagt, dass seine kleine Tochter verschwunden ist und beschreibt, was sie anhat. Das weiße T-Shirt mit dem Aufdruck ihrer Schwester, das sie trägt. Er bittet darum, dass jeder, der Beatrice irgendwo sehen kann, sie sofort zurück in die Aula zu ihren Eltern bringen soll. Und man sieht ihm seine Verzweiflung zu diesem Zeitpunkt schon an und man hört es auch. Mit zitternder Stimme spricht er auch zu seiner Tochter selbst. Er sagt, dass, falls Beatrice ihn irgendwo hören kann, dass sie bitte sofort zurück in die Aula kommen soll. Jeder kennt Sandro Motta und seine Familie. Schließlich hat er die meisten Kinder der Eltern, die gerade anwesend sind, in der Vergangenheit in seinem Beruf als Lehrer an dieser Schule bereits unterrichtet. Und alle kennen natürlich auch Beatrice Motta und es dauert nicht lange nach diesem Hilferuf ihres Vaters und jeder der Anwesenden sucht nach dem kleinen Mädchen und hält Ausschau. Es sind hunderte Menschen, die jetzt im Schulgebäude und auf dem Gelände ausschwärmen und immer wieder Beatrice Namen rufen. Inzwischen ist auch das Sicherheitsteam der Schule über das Verschwinden der Kleinen informiert worden und auch sie beteiligen sich an der Suche. Ich hatte euch ja bereits vorher darüber berichtet, dass sich auf diesem weitläufigen Gelände der Schule unter anderem eine Kapelle, ein Schwimmbad und auch mehrere Sportplätze befinden. Doch direkt gegenüber vom Hauptgebäude, wo jetzt in der Aula auch die Veranstaltung stattgefunden hat, steht eine Turnhalle. Nur zwei Monate zuvor im Oktober 2015 ist in dieser Turnhalle ein Feuer ausgebrochen und sie ist vollständig ausgebrannt, weswegen sie aktuell auch überhaupt nicht genutzt werden kann. Während also Beatrice verzweifelte Eltern gemeinsam mit vielen anderen Helfern sie jetzt überall im Hauptgebäude, in den Klassenzimmern, in den Toilettenräumen und auch sonst wo auf dem Gelände suchen, beschließt ein Mann vom Sicherheitsdienst, jetzt in diese ausgebrannte Turnhalle hineinzugehen, um dort nach ihr zu schauen. Auch wenn es relativ unwahrscheinlich ist, dass das Mädchen dort hineingegangen sein könnte, da alle Schüler wissen, dass der Zutritt dort während der Reparaturarbeiten nach dem Feuer streng verboten ist, der Mann vom Sicherheitsdienst will einfach auf Nimmer sicher gehen. Vielleicht war Beatrice neugierig, wie es in dieser ausgebrannten Turnhalle aussieht. Und vielleicht hat sie sich, nachdem sie sich das Glas Wasser am Trinkbrunnen auf dem Pausehof geholt hat, beschlossen, einfach dort hineinzugehen. Vielleicht ist sie über eine der Maschinen, die dort bereits gestanden haben, wegen der Reparaturen, die bald angestanden haben, drübergefallen. Hat sich verletzt, kann jetzt nicht mehr aufstehen. Während die Musik und die Stimmen der Menschen von draußen und aus der Aula gegenüber jetzt nur noch gedämpft zu hören sind, macht sich der Mann vom Sicherheitsdienst mitsamt seiner Taschenlampe daran, sich in der ehemaligen Turnhalle umzusehen, wo er aber zunächst nichts Auffälliges entdecken kann. Er will schon wieder umdrehen und zurückgehen, da entscheidet er sich doch dazu, in dem kleinen Raum am hinteren Teil der Halle zu schauen. Dort steht noch ein Schreibtisch und ein Schrank, die von dem Brand stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Außerdem liegen dort noch viele Kabel, alte Turnmatten, Kartons und jede Menge Gerümpel herum. Als er den Raum jetzt betritt, leuchtet er mit seiner Taschenlampe in die Ecke neben dem Schrank. In der kleinen Nische zwischen dem ausgebrannten Schrank und der Dachschräge liegt die sieben Jahre alte Beatrice Motta auf dem Fußboden. Das Mädchen ist tot. Nur wenige Minuten nach diesem unfassbaren Fund treffen um 23 Uhr dann mehrere Einheiten der Zivil- und auch Militärpolizei am Schulgelände ein. Diese Zweierkombination aus Zivil- und Militärpolizei ist in Brasilien gängige Praxis. Wichtig zu wissen ist allerdings trotzdem, dass die Ermittlungen bei Mordfällen trotz allem immer von der Zivilpolizei koordiniert und geleitet werden. Die Militärpolizei kommt bei dieser Art von Verbrechen trotzdem immer zum Einsatz und sorgt traditionell dafür, dass die Gesetze bei den Ermittlungen eingehalten werden und sind auch oftmals bei den Verhören von eventuellen Verdächtigen oder auch bei der Befragung von Zeugen mit dabei. Während jetzt also das gesamte Gelände der Schule von Polizisten mit Suchhunden durchkämmt, der Tatort weiträumig abgesperrt und gleichzeitig intensiv damit begonnen wird, Zeugen zu befragen, müssen Beatrice Eltern, nachdem sie erfahren haben, dass ihre Tochter auf dem Schulgelände tot aufgefunden wurde, psychologisch betreut werden. Es ist schlichtweg mit dem Verstand nicht zu begreifen. Man verlässt am Nachmittag gemeinsam mit seinem Kind das Haus. Man denkt erst überhaupt nicht darüber nach, dass an diesem Tag etwas Schreckliches passieren könnte. Dieser Gedanke kommt erst gar nicht auf und warum denn auch? Es ist doch ein Tag wie jeder andere zuvor. Doch nur wenige Stunden später ist das Leben, wie man es kannte, vorbei. Brutal und unwiederbringlich abgeräumt. Und nichts mehr wird je wieder so sein wie zuvor. Ich habe erst überhaupt nicht versucht, mir vorzustellen, was Sandro und Lucia Motta in den Minuten, nachdem sie erfahren haben, dass ihre Tochter tot auf diesem Schulgelände aufgefunden worden ist, durchgemacht haben müssen. Der Schock, der Schmerz und die Unfassbarkeit nach so einer Tat am eigenen Kind sind für Außenstehende ohnehin nicht nachvollziehbar. Was um alles in der Welt ist mit Beatrice Motta passiert? Wie kam sie überhaupt in diesen Raum? Wie ist sie gestorben und wer ist dafür verantwortlich? Bereits einen Tag später wird bei der Autopsie, die im Gerichtsmedizinischen Institut in Huacero an der Siebenjährigen durchgeführt wird, festgestellt, dass insgesamt 42 Mal mit einem Messer auf sie eingestochen wurde. Im Bericht der Gerichtsmedizin wird später festgehalten, dass es sich bei dieser Tat um einen sogenannten Overkill, also um eine Übertötung, gehandelt hat. Dieser Begriff kommt aus der Kriminalistik und wird immer dann angewendet, wenn ein Angreifer, ein Täter mehr Gewalt bei so einem Tötungsdelikt auf das Opfer ausübt, als eigentlich nötig gewesen wäre, um es umzubringen. Und ganz genau das war bei Beatrice Motta der Fall. Es konnten keinerlei Anzeichen von Missbrauch bei der Autopsie festgestellt werden, was nur noch mehr Fragen aufwirft. Denn normalerweise stehen bei so einem Overkill Täter und Opfer in irgendeiner persönlichen oder emotionalen Beziehung zueinander. Und auch die Tatwaffe, das Messer, das später als normales Küchenmesser mit einem Holzgriff beschrieben wird, wird bei der Autopsie sichergestellt. Ja, ihr habt richtig gehört, es wird nicht am Tatort gefunden oder irgendwo anders auf dem Schulgelände, sondern direkt bei der Autopsie. Denn als die Gerichtsmedizinerin mit ihrer Untersuchung beginnt, muss sie das Messer aus Beatrice Körper erst entfernen. Im Anschluss daran können aber jetzt bei der Autopsie weitere Spuren an Beatrice Körper gesichert werden, so zum Beispiel mehrere Haar- und Hautpartikel werden sichergestellt, auch unter ihren Fingernägeln. Es sieht also so aus, als hätte sie zumindest versucht, sich gegen ihren Angreifer zu wehren, indem sie ihn zum Beispiel gekratzt hat. Denn so können diese Hautpartikel unter ihre Fingernägel gekommen sein. Und auch auf der Tatwaffe wird eine sehr gute DNA-Spur gefunden, direkt am Messergriff. Und so zynisch und unpassend sich das in dieser Situation auch anhört, es ist ein großer Erfolg, den die Ermittler jetzt bereits so kurz nach der Tat, unter anderem auch aufgrund der Autopsie, gewinnen können. Man hat nicht nur Fingerabdrücke, Haar- und Hautpartikel, nein, obendrein auch noch eine klare DNA-Spur des Täters auf der Tatwaffe. Die Chance, ihn unter anderem dank diesen Spuren schnell zu identifizieren, ist groß. Doch um genau diesen Täter jetzt so schnell wie möglich auf die Spur zu kommen, beginnt bereits einen weiteren Tag später die intensive Ermittlung der staatlichen Polizeibehörden unter der Leitung von Sarah Marcado, die zunächst an die Spitze dieser Ermittlungseinheit gestellt wird, um diesen Fall so schnell wie möglich aufklären zu können. Schnell steht fest, dass Beatrice an dem Ort getötet worden sein muss, an dem man sie auch fand. Denn nirgendwo sonst auf dem Gelände der Schule werden Blutspuren gefunden. Was aber der Fall sein müsste, wäre sie an einem anderen Ort angegriffen und dann erst später in der Nische hinter dem Schrank abgelegt worden. Es sieht also danach aus, als wäre sie dem Täter entweder freiwillig oder auch unfreiwillig in das ausgebrannte ehemalige Büro in der Turnhalle gefolgt. Bereits am Abend und in der Nacht von 10. auf 11. Dezember hatte die Polizei damit begonnen, Zeugen zu befragen. Doch einige hatten zu diesem Zeitpunkt, als man Beatrice fand, das Schulgelände bereits verlassen und wurden schlichtweg einfach gar nicht befragt, weil es zu viele waren. Weit über 200 Menschen haben sich in den Stunden vor Beatrice tot in der Schule und auf dem Gelände getummelt. Außerdem liegt die Schule mitten im belebten Stadtzentrum von Petrolina und selbstverständlich ist es auch wichtig, mit Menschen außerhalb des Schulgeländes zu sprechen, die einen möglichen Täter eventuell bei seiner Flucht gesehen haben könnten. Die Polizei hat also einiges zu tun. In den nächsten Tagen allerdings melden sich auch viele freiwillige Zeugen bei den Ermittlern. Die Beatrice zum fraglichen Zeitpunkt, also als sie von der Aula hinaus auf den Pausehof zu dem Trinkbrunnen gegangen ist, um sich ein Glas Wasser zu holen, gesehen haben wollen. Es lassen sich drei sehr gute Zeugen finden, darunter auch ein Kind, dass Beatrice um kurz nach 22 Uhr dort draußen auf dem Pausehof gesehen haben will. Doch keiner dieser drei Zeugen hat beobachtet, dass Beatrice dort mit jemandem gesprochen hat oder dass sie von jemandem bedrängt worden ist oder ihn irgendwo hin begleitet hat. Alle waren an diesem Abend in Feierlaune. Großes Getümmel, viele Menschen, laute Musik. Und auch wenn sich jetzt diese drei Zeugen haben finden lassen, die Beatrice an diesem Trinkbrunnen auf dem Pausehof zur fraglichen Zeit gesehen haben wollen, so ist es nicht weiter verwunderlich, dass niemand direkt beobachtet hat, wie sie diesen Brunnen wieder verlassen hat. Höchstwahrscheinlich in Begleitung des Täters. Genau das ist jetzt nämlich auch die Theorie der Polizei. Sie gehen davon aus, dass Beatrice dort von irgendjemand angesprochen worden ist und dann freiwillig mit ihm mitging. Denn hätte ein Täter sie direkt an diesen Trinkbrunnen geschnappt und mit sich gezerrt, dann wäre das mit Sicherheit irgendjemandem aufgefallen. Aber wenn sie vielleicht angesprochen worden ist und dann hinter einem Täter hergegangen ist in Richtung dieser ausgebrannten Turnhalle, dann wäre das wahrscheinlich erstmal niemandem aufgefallen. Die Tatsache, dass an vielen Stellen innerhalb dieses Schulgebäudes, aber auch eben an vielen Gebäuden außerhalb auf dem Gelände Kameras angebracht waren, ist jetzt erst einmal ein weiterer Gewinn für die Ermittler, die natürlich jetzt direkt fieberhaft damit beginnen, genau dieses Videomaterial zu untersuchen. Aber nicht nur die Aufnahmen der Überwachungskameras werden gescannt, sondern für die Zeugnisverleihung und für die anschließende Feier in der Aula wurde auch einige Tage zuvor ein professionelles Filmteam von der Schulverwaltung engagiert, die ebenfalls über den ganzen Abend hinweg gefilmt haben. Und die Polizei lässt sich natürlich jetzt auch von diesem Filmteam die Aufnahmen geben, die mit deren Kameras gemacht worden sind. Sie sind in der Hoffnung, dass sie nicht nur Beatrice Motta auf diesen Aufnahmen sehen werden, sondern vielleicht auch noch etwas mehr. Vielleicht gibt es Aufnahmen auf diesem gesamten Videomaterial, die jemanden zeigen, der als möglicher Täter in Betracht kommt. Zum Beispiel jemand, der sich ganz alleine in dieser Aula oder auf dem Schulgelände aufgehalten hat. Jemand, der die spielenden Kinder dort über eine längere Zeit beobachtet hat. Oder einfach jemand, der sich aufgrund seines Verhaltens eben auffällig benommen hat. Das alles muss jetzt erst einmal untersucht werden und deswegen werden diese Aufnahmen ganz akribisch durchforstet. Die Aufnahmen des Filmteams, das für diesen Abend engagiert worden ist, sind für die Polizei sehr hilfreich. Ganz im Gegensatz zu den Aufnahmen, die von sämtlichen Kameras aus dem Schulgebäude und auch auf dem Gelände aufgezeichnet worden sind. Bei der Untersuchung dieses Filmmaterials kann leider sehr schnell festgestellt werden, dass die Festplatte, auf denen diese Aufnahmen der Schule gespeichert worden sind, stark beschädigt wurde. Deswegen man darauf eigentlich nicht sehr viel erkennen kann, beziehungsweise von diesen Aufnahmen nichts gewinnen kann für die Ermittlungen. Und auch, wenn ursprünglich einmal Kameras direkt an diesem ausgebrannten alten Turngebäude angebracht worden sind, so sind auch diese unbrauchbar, denn die Kameras wurden bei dem Brand ebenfalls zerstört. Was heißt, dass vom eigentlichen Tatort, wo Beatrice mit dem Täter hingegangen sein muss, keine Aufnahmen zur Verfügung stehen? Die Polizei muss sich also jetzt erst einmal mit dem zufriedengeben, was sie hat. In den kommenden Wochen wird in mühevoller Kleinarbeit jeder noch so kleine Schnipsel aus dem Videomaterial des Filmteams, das für diesen Abend engagiert worden ist, zusammengefügt, um ein großes Bild von den Bewegungen von Beatrice Motta auf der einen Seite, aber eben auch von einem möglichen Täter auf der anderen Seite zusammenzufügen. Während also in den kommenden Wochen jetzt dieses Videomaterial von der Computerforensik genau analysiert wird, versucht die Polizei in der Zwischenzeit ein psychologisches Profil des Täters zu erstellen. Und sie kommen ganz schnell zu dem Schluss, dass es sich bei diesem Mann um jemanden gehandelt haben muss, der sich in der Schule oder auch auf dem Schulgelände gut ausgekannt haben muss. Die Vermutung der Polizei, dass der Täter sich ausgekannt haben muss, steht deswegen so schnell fest, weil er ja Beatrice Motta offensichtlich ganz bewusst in diese alte ausgebrannte Turnhalle gelockt hat. Man kann also davon ausgehen, dass der Täter das Wissen hatte, dass er dort ungestört sein wird und dass er vermutlich auch das Wissen hatte, dass die Kameras bei dem Brand ebenfalls zerstört worden sind, was heißt, dass es im Nachhinein keine Aufnahmen geben wird. Diese Vermutung der Ermittler spricht sich aber leider sehr schnell herum. Kann es sein, dass der Täter ein Mitarbeiter der Schule war? Ein Hausmeister, ein Angestellter des Sicherheitsteams oder sogar ein Lehrer? Ein Kollege von Beatrice Vater Sandro? Hatte der in den Wochen oder Monaten vor der Tat eventuell Streit mit einem seiner Kollegen? Und dieser wollte sich auf diese Weise rächen? Hatte Sandro Motta vielleicht Schwierigkeiten mit einem Vater eines Kindes, das er unterrichtet? Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, doch es kommt erst einmal nichts Konkretes heraus. Ich habe bei meiner Recherche zu diesem Fall gelesen, dass die Polizei bereits in den ersten Wochen nach der Tat mit Hunderten von Zeugen gesprochen hat. Alle wurden intensiv befragt, in der Hoffnung, dass sie vielleicht irgendetwas gesehen haben, dass ihnen etwas aufgefallen ist. Am Ende sollen es über 2000 Personen gewesen sein, die von der Polizei als Zeugen vorgeladen worden sind. Und umso mehr Menschen sie natürlich befragen, umso mehr brauchbare Aussagen bekommen sie. Ich hatte euch ja bereits vorher über die drei wichtigen Zeugen berichtet, die der Polizei direkt einen Tag nach der Tat erzählt haben, dass sie Beatrice Motta dort draußen auf dem Pausehof in der Nähe des Trinkbrunnens gesehen haben wollen zur fraglichen Zeit. Doch jetzt finden sich auch immer mehr Zeugen, die einen Mann auf diesem Pausehof gesehen haben wollen, der dort auf einer Bank gesessen hat. Unter anderem auch Beatrice Mutter Lucia Motta. Sie sagt, dass als sie nach ihrer Tochter geschaut hat dort draußen, dass ihr ebenfalls dieser Mann auf der Bank aufgefallen ist. Allerdings saß er dort ganz normal und deswegen hat sie da auch nicht weiter darauf geachtet. Sie war darauf fokussiert, ihre Tochter zu finden. Ein Vater eines anderen Kindes, der jetzt ebenfalls als Zeuge befragt wird, bestätigt diese Sicht. Auch er sagt, dass er diesen Mann auf der Bank alleine hat sitzen sehen und dass er ihn einige Zeit später noch ein weiteres Mal gesehen hat, als er selbst die Herrentoilette der Schule betreten hat. Dieser Mann sei am Waschbecken gestanden und habe sich intensiv die Hände und auch das Gesicht gewaschen. Es soll sich um denselben Mann gehandelt haben, der einige Zeit vorher auf der Bank saß. Jetzt bekommt die Polizei auch eine unheimlich wichtige Information von einer Mutter, die gemeinsam mit ihren beiden Töchtern an diesem Abend auf der Veranstaltung war. Und was diese Mutter zu erzählen hat, ist wirklich sehr verstörend. Sie sagt, dass eine ihrer beiden Töchter ihr zwei Tage nach der Tat zu Hause erzählt hat, dass sie und ihre Schwester um kurz vor 22 Uhr draußen auf dem Pausehof von einem Mann angesprochen worden sind. Dieser Mann hätte die beiden Mädchen um Hilfe gebeten und hat gefragt, ob sie ihn begleiten wollen. Doch die beiden Kinder sind schnell weggelaufen. Sie haben sich geweigert, mit dem Mann mitzugehen und sind wieder in die Aula zurückgelaufen. Ja, wie gesagt, dieses kleine Mädchen hat ihrer Mutter erst zwei Tage später davon berichtet. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt das Kind war, aber es ist von einem kleinen Mädchen die Rede gewesen. Ich denke mal, dass sie wahrscheinlich so im Alter von Beatrice gewesen ist. Und da alle Eltern und alle Menschen, die an diesem Abend in dieser Schule waren, verständlicherweise völlig geschockt gewesen sind nach dieser Tat, ist es jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass das Kind erst zwei Tage später diese Information an ihre Mutter weitergegeben hat. Und diese erzählt es jetzt natürlich der Polizei. Kann es sein, dass dieser Mann, der diese beiden Kinder zur fraglichen Zeit auf dem Pausehof angesprochen hat, die sich dann geweigert haben, mit ihm mitzugehen? Derselbe Mann ist, wie auch der, der auf der Parkbank saß? Und auch derselbe ist, den der Zeuge später dann in der Herrentoilette ausmachen konnte, wo er sich Gesicht und Hände gewaschen hat? Kann es sein, dass dieser Mann derjenige war, der auch Beatrice Motta dann kurze Zeit später vom Pausehof weggelockt hat? Das Gute ist, dass mithilfe dieser ganzen Zeugen, die ihn gesehen haben wollen, jetzt ein gutes Phantombild von ihm erstellt werden kann. Und genau dieses Phantombild wird jetzt vier Wochen später auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Der Mann soll 1,70 groß und ungefähr 70 Kilogramm schwer gewesen sein. Auffällig waren wohl auch seine strengen Gesichtszüge, eine markante Stirn und seine tiefliegenden dunklen Augen. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans und einem Shirt in einer auffallend grünen Farbe. Die Ausgangslage für die Ermittler vier Wochen nach der Tat ist gut. Sie haben DNA-Spuren am Tatort, auf Beatrice Körper und auch auf der Tatwaffe. Dank der Zeugenaussagen konnte dieses detaillierte Phantombild erstellt werden, das auf jeder Zeitung der Stadt und auch weit über die Grenzen von Petrolina hinaus abgedruckt wird. Außerdem wird das Bild auch in Tankstellen, Supermärkten, Schulen und Bushaltestellen verteilt, in der Hoffnung, dass irgendjemand den Mann mit dem grünen T-Shirt, wie ihn die Presse inzwischen nennt, erkennt und entscheidende Hinweise gibt. Es scheint so zu sein, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis der Polizei der Durchbruch gelingt. Doch das scheint nur so. Und der Grund, warum es nur den Anschein hat, als seien die Ermittler nur einen Schritt davon entfernt, den Täter zu schnappen, liegt darin begründet, dass sie sechs Wochen nach der Tat die endgültigen abschließenden Ergebnisse aus dem forensischen Labor bezüglich der DNA-Spuren erhalten. Die DNA, die man auf dem Messergriff gefunden hat, ist nämlich eine andere als die DNA-Spuren von Beatrice Körper. Was die Annahme der Polizei, dass es sich hier um einen Einzeltäter gehandelt hat, stark in Zwanken bringt, denn die Spuren sprechen eine andere Sprache. Offensichtlich waren zwei Täter an diesem Mord beteiligt. Das ist aber leider noch nicht alles. Denn jetzt, nachdem man diese zweite DNA-Spur gefunden hat, wird alles andere auch noch einmal komplett neu beleuchtet. Und es wird immer unwahrscheinlicher, dass der Fundort von Beatrice in diesem kleinen Büro in der ausgebrannten Turnhalle tatsächlich auch der Tatort war. Wir erinnern uns zurück, ich hatte euch vorher gesagt, dass die Polizei sich von Anfang an ganz sicher gewesen ist, dass diese Tat dort auch stattgefunden hat, wo man Beatrice später gefunden hat. Doch diese Turnhalle war komplett ausgebrannt. Überall auf dem Boden lag Asche und auch Dreck herum. Wäre Beatrice jetzt in diesem kleinen Raum von zwei Tätern angegriffen und überwältigt worden, dann hätte man Spuren vom Boden auf ihrem Körper finden müssen. Doch man hat wohl keine Asche oder Dreckspuren an ihrem Körper gefunden. Und auch wenn man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass sie sich gegen zwei Täter lange zur Wehr setzen hat können. Dieses Büro sah nicht danach aus, als hätte diese Tat dort wirklich stattgefunden. Doch das Ganze gerät natürlich jetzt ins Wanken, nicht nur wegen der zweiten DNA-Spur, sondern weil man auch sonst nirgendwo auf dem Gelände Blut fand. Das war ja auch der Grund, warum man davon ausging, sie muss in diesem kleinen Büro getötet worden sein. Doch dieses Büro ist auch wirklich sehr, sehr beengt, allein durch die Dachschräge an der Seite, vor dem Schrank, hinter dem man Beatrice gefunden hat. Zwei Täter und ein kleines Kind in diesem Raum. Es sieht einfach gar nicht danach aus, als wäre das Ganze wirklich dort passiert. Im März 2016, also drei Monate nach der Tat, ploppt dann auf einmal in den Medien in Petrolina die Information auf, dass es sich um insgesamt fünf Täter gehandelt haben soll, die dieses Verbrechen begangen haben. Und tatsächlich, nur wenige Tage, nachdem diese Information an die Medien durchgestochen worden ist, gibt die Polizei ein Statement. Und in diesem Statement bestätigen sie diese Informationen, dass sie fünf Verdächtige haben. Der Grund, warum die Ermittler jetzt zu diesem Schluss kommen, dass es fünf verschiedene Menschen gewesen sein sollen, liegt darin begründet, dass sie inzwischen wohl ermitteln konnten, dass insgesamt drei Schlüsselsets, die sowohl die externen als auch die internen Türen dieser Schule aufschließen, verschwunden sind. Was dazu kommt ist, dass an dem Abend der Veranstaltung in der Schule, genau zu der Zeit, als Beatrice Motta verschwand, das Licht genau in dem Korridor ausgeschalten war, der in die ausgebrannte Turnhalle hineinführt. Normalerweise brannte dort immer Licht. Das deutet für die Ermittler jetzt wohl darauf hin, dass für diesen Abend diese Tat von mehreren Personen, die in der Schule angestellt waren, gezielt geplant worden ist, da nicht nur die Schlüsselsets fehlten, sondern auch ausgerechnet das Licht, das den Weg zum Tatort erhellt hat, nicht mehr funktionierte. Auch wenn keiner der Namen dieser fünf Verdächtigen jemals in der Öffentlichkeit genannt worden ist, so hat die Polizei später doch die Information herausgegeben, dass sich alle fünf bei ihren Befragungen in Widersprüche verstrickt und auch gelogen haben. Drei dieser männlichen Verdächtigen sagten zum Beispiel bei ihrer Aussage bei der Polizei, dass sie zu dem fraglichen Zeitpunkt überhaupt nicht mehr in der Schule gewesen sind, als die Tat stattgefunden hat. Doch das konnte durch die Videoaufnahmen später widerlegt werden, denn dort sah man alle drei. Was dazu kommt ist, dass ein weiterer dieser fünf nur einen Tag nach der Tat seinen Job in der Schule ohne Angabe von irgendwelchen Gründen gekündigt hat. Und sie haben sich auch während ihrer Befragungen sehr nervös und angespannt verhalten. Handfeste Beweise allerdings, dass einer dieser fünf Männer an dieser Tat beteiligt gewesen ist, gab es nie. Ich konnte bei meiner Recherche leider nicht herausfinden, ob es einen Abgleich gab, was die DNA angeht zwischen diesen fünf Verdächtigen und den Spuren sowohl auf dem Messer als auch an Beatrice Körper. Ich gehe aber doch davon aus, dass das gemacht worden ist. Denn wenn die Polizei sich ganz sicher war, dass es jetzt diese fünf gewesen sind, dann glaube ich doch sehr sicher, dass sie ihre DNA jeweils mit den Spuren abgeglichen haben. Und da niemals irgendwie ein Statement von der Polizei kam, dass nur eine DNA-Spur dieser fünf sich identisch gezeigt hat mit den Spuren auf Beatrice Körper oder auch auf dem Messer, gehe ich davon aus, dass diese DNA-Spuren schlichtweg nicht zusammengepasst haben. Also diese fünf Menschen, die da verdächtigt worden sind, wurden dann auch irgendwann, gehe ich davon aus, als Täter ausgeschlossen, weil man danach nichts mehr davon gehört hat. Also, ja, ein wenig seltsam und auch bizarr. Natürlich, diese drei Schlüssel-Sets sind verschwunden, die wurden nie wieder gefunden. Und auch die Tatsache, dass das Licht, das den Tatort oder den Bereich vor dem Tatort erhellt hat, auf einmal nicht mehr funktioniert hat, ist ungewöhnlich. Aber das allein jetzt irgendwie als Beweis zu nehmen, dass diese fünf alle miteinander diese Tat begangen haben sollen, fand ich zumindest etwas merkwürdig. Und natürlich war es dann jetzt im Anschluss daran so, dass die Presse nur Hohn und Spott für die Ermittler übrig hatte. Monate nach dem Tod von Beatrice Motta hatten sie weder einen, geschweige denn zwei Verdächtige, wo es eben auch handfeste Beweise gab, dass sie diese Tat begangen haben. Ganz im Gegenteil, die Presse behauptet jetzt, dass die Ermittler diese Geschichte über die angeblich fünf Angestellten der Schule nur deswegen herausgegeben hat, weil sie einfach bisher immer noch nicht in der Lage gewesen sind und das, obwohl sie so viele gute Spuren und Hinweise haben, einen oder zwei Täter zu verhaften. Dennoch hält sich trotzdem weiterhin hartnäckig auch in den kommenden Monaten das Gerücht, dass es mehrere Täter gewesen sein sollen, die dafür verantwortlich sind, was mit Beatrice geschah. Von seltsamen Ritualen und Zeremonien, für die es nicht den Hauch eines Beweises gibt, finden immer mehr den Weg in die Zeitungen und natürlich auch in die sozialen Medien. Weitere drei Monate vergehen jetzt, bis dann Ende Juni 2016, bei einer Pressekonferenz, die Polizei, die Öffentlichkeit und die Medien über den aktuellen Ermittlungsstand informiert. Dabei präsentieren die Ermittler Standbilder aus dem Videomaterial, das sie in den vergangenen Wochen noch einmal erneut unter die Lupe genommen haben. Und darauf wird jetzt an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten, am Abend und in der Nacht des 10. Dezember, ein Mann mit einem grünen Hemd gezeigt. Zum ersten Mal wird er kurz nach dem Beginn der Veranstaltung am Eingangstor der Schule gesehen. Er geht dort hin und her, sieht sich ein wenig um und verschwindet dann aus dem Blickfeld der Kamera. Die nächste Aufnahme wird dann eine weitere Stunde später gemacht und diese Aufnahme ist wirklich sehr bizarr. Wieder sieht man den Mann im grünen Hemd an der Mauer in der Nähe des Eingangstors der Schule. Diesmal hält er ein Handy in der Hand und scheint damit zu telefonieren. Als er das Telefonat beendet, bückt er sich nach vorne und hebt etwas vom Boden auf. Es handelt sich um ein Messer, das er jetzt im Anschluss in seine Socke steckt, aufsteht und dann einfach weitergeht. Bei diesem Messer, so sagt die Polizei jetzt in dieser Pressekonferenz, soll es sich um die Tatwaffe gehandelt haben. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle in meiner Recherche war ich dann auch nur noch verwirrt. Lag dieses Messer dort vor dem Gelände der Schule auf der Straße einfach herum und der Mann im grünen Hemd ist an diesem Messer vorbeigekommen und hat es aufgehoben, hat es sich in seine Schuhe gesteckt und dann das Schulgelände betreten, um diese Tat damit zu begehen. Oder hat er es irgendwie vielleicht in den Stunden vorher ganz bewusst dort platziert und hat es jetzt aufgehoben? Oder hatte er es zuvor vielleicht, als er da hin und her ging, verloren und es jetzt eben wiedergefunden und dann mitgenommen? Hä? Doch 15 Minuten, nachdem er also vor der Schule dieses Messer, wie immer es da auch hingekommen ist, aufhebt und mitnimmt, sieht man den Mann jetzt in der nächsten Aufnahme zum ersten Mal innerhalb des Schulgeländes. Man sieht ihn um 21.45 Uhr, wie er auf dem Weg über das Gelände in Richtung Schulhof ist, wo man auch Beatrice zum letzten Mal auf dem Pausehof gesehen hat, als sie beim Trinkbrunnen stand. Danach gibt es keine weiteren Aufnahmen mehr von diesem Mann, was weiterhin sehr mysteriös ist, da er ja auf irgendeinem Weg dieses Schulgelände wieder verlassen haben muss. Doch keine weitere Kamera hat ihn irgendwann nach 22 Uhr noch aufgezeichnet. Die Ermittler allerdings finden das nicht ganz so mysteriös, denn es bestätigt ihre Annahme, dass dieser Mann sich auf dem Schulgelände ausgekannt haben muss und dementsprechend auch auf irgendeinem anderen Weg es wieder verlassen haben könnte, der eben nicht von einer Kamera überwacht wurde. Zum Beispiel über einen Zaun hinter dem großen Schwimmbad oder Ähnliches. Dieser Mann hatte, soweit man es auf den qualitativ nicht gerade hochwertigen Aufnahmen überhaupt erkennen kann, eine gewisse Ähnlichkeit trotz allem mit dem Phantombild, das viele Monate zuvor erstellt worden ist. Und auch die Beschreibung passt. Die Polizei gibt bei dieser Pressekonferenz all diese Informationen heraus, was wahrscheinlich auch damit in Zusammenhang steht, dass sie bisher trotz allem, was sie haben, nichts vorweisen können. Und es ist auch anzunehmen, dass aufgrund dessen, dass er das Messer aufgehoben hat, er irgendetwas mit dieser Tat zu tun haben muss. Und jetzt können sie zumindest einen, der offensichtlich zwei Täter der Öffentlichkeit präsentieren. Und zu diesem Zeitpunkt stellt sich einfach jeder nur noch die Frage, wer ist der Mann in grün? Doch auch, wenn es kaum zu glauben ist, auf diese Frage wird es jetzt jahrelang keine Antwort geben. Und umso mehr Zeit vergeht, umso verzweifelter werden Beatrice Eltern. Man hat doch so viel und dann kommt so wenig dabei heraus. Sie zweifeln die Kompetenz der Ermittler mittlerweile auch öffentlich an und stellen sie an den Pranger. Und auch wenn in den kommenden Jahren immer wieder einmal die Leitung der Ermittlungen zum Mordfall Beatrice Motta ausgetauscht werden, man findet einfach keine weiteren Spuren, keinen Hinweis auf den Mann in grün. Eine grauenvolle Vorstellung. Allerdings Alltag für die Familie Motta und zwar weitere sechs Jahre lang. Im Januar 2022, also erst Anfang diesen Jahres allerdings, gelang so zumindest die Behauptung der Staatsanwaltschaft und auch der leitenden Ermittler von Pernan Bucco dann der Durchbruch in diesem Fall. Denn sie präsentieren einen Verdächtigen. Die DNA des 40 Jahre alten Marcelo da Silva, der Anfang 2022 bereits in einem Gefängnis in Salguero einsitzt, ist identisch mit der DNA auf der Tatwaffe, also dem Messer, das gefunden wurde. Laut Aussage von Paolo Camara, dem Gouverneur von Pernan Bucco, hat Marcelo da Silva, nachdem er mit dem Fund seiner DNA auf der Tatwaffe konfrontiert wurde, den Mord an Beatrice gestanden. Weitere Informationen dazu wurden, zumindest soweit ich bei meiner Recherche jetzt lesen konnte, von der Staatsanwaltschaft und auch von der Polizei von Pernan Bucco nicht veröffentlicht. Allerdings habe ich gelesen, dass es sowohl von Beatrice Familie als aber auch von Teilen der Medien stark in Zweifel gezogen wird, inwieweit Marcelo da Silva tatsächlich an dieser Tat beteiligt war oder sie auch begangen hat und das trotz seines Geständnisses und auch dem Fund seiner DNA auf dem Messer griff. Und der Grund ist, weil unter anderem eben noch so wahnsinnig viele Fragen offen stehen, die bisher kaum beantwortet worden sind und außerdem, weil er wohl erst unter Druck, nachdem man ihn mit dem Fund seiner DNA konfrontiert hat, dieses Geständnis abgelegt hat. Also es ist noch sehr, sehr viel im Unklaren und was natürlich dazu kommt ist, dass die DNA auf der Tatwaffe, die jetzt zu Marcelo da Silva gehören soll, eben nicht dieselbe ist, wie die, die man auf Beatrice Körper fand. Deswegen ist die Frage, natürlich berechtigt, wo ist der Täter, der die DNA auf ihrem Körper hinterlassen hat? Es muss ja ein anderer sein als Marcelo da Silva. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, dass bei Beatrice Eltern, Sandro und Lucia Mota so viele Zweifel aufgekommen sind, nachdem die Polizei eben Marcelo da Silva als neuen Verdächtigen präsentiert haben, der noch dazu die Tat gestanden hat. Denn es sind einfach so wahnsinnig viele Fragen offen, unter anderem natürlich auch die Frage nach dem Motiv und der genauen Abläufe dieser Tat. Vielleicht kann Marcelo da Silva diese ganzen Antworten liefern, die vor allem für die Familie noch offen sind. Aber das hat er, soweit ich das bei meiner Recherche zumindest nachvollziehen konnte, noch nicht getan. Aber da diese neuen Entwicklungen in diesem Fall eben erst im Januar diesen Jahres veröffentlicht worden sind und Marcelo da Silva auch erst Anfang des Jahres als Tatverdächtiger präsentiert wurde, ist dieser Fall nach wie vor nicht abgeschlossen. Und ich werde natürlich in den kommenden vielen Monaten immer dranbleiben und versuchen, weitere Informationen zu bekommen, um euch dann zu diesem Fall ein Update-Video zu drehen. Denn es gibt diese zweite Täter-DNA und ich glaube, dass es für die Familie in allererster Linie, aber natürlich auch für die Öffentlichkeit unheimlich wichtig ist, herauszufinden, was da ganz genau passiert ist an diesem Abend. Welches Motiv das Silva überhaupt haben könnte, wie er genau vorging und ob er bei dieser Tat alleine war. Beatrice Motta war erst sieben Jahre alt, als sie starb. Und falls die Polizei in der nächsten Zeit noch weitere Details zu Marcelo da Silva seinem Motiv dem genauen Ablauf des Abends und den DNA-Spuren herausgeben wird, kann man nur hoffen, dass ihre Familie dann auch endgültig die Antworten bekommt, auf die sie jetzt schon so viele Jahre lang gewartet hat. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich bei vielen von euch ähnlich ging es mir auch, jetzt am Ende ein sehr unbefriedigtes Gefühl in Anführungsstrichen breit macht, weil noch wahnsinnig viele Fragen offen sind und weil gerade bei Fällen, die wie dieser hier überhaupt nicht aufgeklärt oder eben nur teilweise aufgeklärt werden können, dieses Gefühl auch irgendwie immer aufkommt. Man möchte einfach am Ende eines solchen Falles wissen, wer, wann, wie, wieso und warum. Und genauso ist es bei diesem Fall eben nicht. Jedenfalls nicht endgültig. Trotzdem war es mir ganz besonders wichtig, den Fall von Beatrice Motta hier auf meinem Kanal zu besprechen. Weil ich das Gefühl habe, dass er in Deutschland sehr unterrepräsentiert ist, ich habe kaum Quellen auf Deutsch gefunden, liegt natürlich wahrscheinlich auch daran, weil er sich in Brasilien zugetragen hat. Trotzdem ist er mir nie aus dem Kopf gegangen, seit ich zum ersten Mal darüber gelesen habe, was Beatrice passiert ist. Ja, meine Lieben, am Ende sage ich euch ja normalerweise immer auch meine ganz persönliche Meinung zu dem, was ich euch erzählt habe. In diesem Fall muss ich allerdings sagen, dass ich mir aufgrund dessen, wie der aktuelle Ermittlungsstand ist, einfach abschließend noch keine Meinung bilden konnte. Natürlich habe ich mir auch die Frage gestellt, wie die DNA-Spur von Marcelo da Silva auf dieses Messer gekommen ist. Ist er der Mann, der dieses Messer aufgehoben hat und damit dann auf das Schulgelände ging? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Aufnahmen auf der Überwachungskamera und auch das Phantombild sieht ihm schon wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich fand ohnehin, dass das Phantombild mithilfe der Zeugen wirklich sehr präzise erstellt worden ist und man kann nicht abstreiten, dass das Silva und das Phantombild sehr viel Ähnlichkeit miteinander haben. Allerdings stellt sich dann immer noch am Ende die Frage, wem gehört die zweite DNA-Spur? Dementsprechend sitze ich am Ende dieses Videos also hier und muss euch sagen, dass ich nicht weiß, was ich davon halten soll, ob Marcelo da Silva jetzt hier der einzige Täter war und diese DNA-Spuren dann irgendwie durch Zauberhand dorthin gekommen sind. Ich weiß es nicht. Ich werde aber an diesem Fall dranbleiben und werde euch, sobald ich genug Quellen zur Verfügung habe, ein Update-Video drehen. Ja, meine Lieben, trotzdem bin ich natürlich gespannt auf eure Einschätzung und Meinung zu diesem gesamten Fall, zumindest zu dem, was ich euch jetzt hier bisher präsentieren konnte. Wie schätzt ihr das Ganze ein? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ja, meine Lieben, damit verabschiede ich mich von heute für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, dass wir uns dann ganz bald im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. und ich